Seit dem vergangenen Jahr laufen die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt an der Wismarschen Straße auf Hochtouren. Am Dienstag wurden für die Parkplatzfläche des Geschäfts 27 Bäume gefällt. Eine Esche, vier Eschen-Ahorne und Pappeln. Allerdings konnten die Verantwortlichen die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleisten. Daher war ein Fällen sowieso angedacht und notwendig. In Zukunft sollen als Ersatz fünf weitere Bäume auf dem Grundstück gepflanzt werden.